also wir laufen jetzt so schräg auf die linke frontseite zu da wo das flugzeug drin liegt auf flugzeug flugzeug ja das flugzeug ist an das haus gekracht ich glaube wir sind wo ganz anders da sehr gut gut dass wir darüber gesprochen haben wir sind in Czerno und nicht Elektro nein wir sind in Czerno is it Czerno? where we at? we are at zelenogorsk ah we are in zelenogorsk fuck äh ja ähm ja was ist denn ist denn hier irgendwas wo man das so der gelassenste wenn wir immer hier sind Apo wo bist denn du in einem häuschen ich glaube ich habe ein zombie hinter mir ich glaube ich habe schon wieder Hunger und Durst dernogorsk also CZERN oh nein wir sind in einer ahnung in diesem anderen Dingen der Typ kann es besser sagen is it say their name again äh is it Lennergorsk Sieht den Lennergorsk äh wer ist denn auf der map was macht denn der jetzt hier Boah, da kommt doch schon wieder der nächste Zambi Er steht auf dem Nord-South oder? Es steht auf dem Nord-West, ich denke West Blast der Green Mountain Ich sage Lano-Gosk, ah ok, ich habe es gefunden Und wir sind total falsche Waffen mal wieder Ich weiß, das wüsste ich schon vorher, bevor du angefangen hast zu quatschen Ey, jetzt hat es geklappt mit der Waffe wechseln mit dem Laufen Oh, ist das nicht noch los? Alter You saw that chains? Handkaufs? Ist das hier ein Rathaus oder was ist das hier? Lass mal gucken Hier wo dieses Denkmal ist, Simir Ja, aber er ist in einer ganz anderen Stadtarzt Ja, ja, ich weiß schon wo er ist Na toll, alles begehbar? Fragezeichen Nee, jetzt noch nicht Wollt der jetzt zu uns kommen oder? Ja, warte mal Ja, aber bevor wir da hingehen, brauche ich erstmal noch was zu essen Als sie mir laufen ist, echt Was sind das Gegner? Spieler, Spieler rechts, Spieler rechts Spieler rechts Spieler rechts, guck mal Bist du blind? Leg ihn um Kopfschuss, der steht Sehr geil Ich will auch schießen Ich brauche eine scheiß Waffe Ich hoffe, der hat was einstecken, dieser Homo Zombie hinter uns irgendwo Warum kann ich denn den hier nicht? Warum kriege ich denn den nicht? Hast du hier irgendwo? Ah, hier Ah, jetzt Was haben wir denn hier? Schwarze Brille, Schuhe Nimm mal die Axt auf jeden Fall Willst du die Karte mitnehmen? Nimm mal die Karte Oh, nimm die Karte mit, ja Ich habe keinen Platz Hier ist Ureis Der hat Ureis, dieser Idee You are dead Oh, was wollen wir jetzt? Wir wurden beschossen Warum ist das? Wir wurden beschossen vom M4 Verdammte Scheiße Ja Wir machen einen Break hier So Leute, wir sind zurück Nach dieser Aktion gerade Check that pants here Ah, wo bist du gespawnt? Ich spawne gerade erst Achso Ich muss jetzt erstmal hier gucken Bevor ich wieder losrenne Brauch ich erstmal einen Rucksack oder irgendwas Nervscheiß Ich will schon mal eine Militare Base Muss ich echt sagen Ich will es gar nicht mehr Mal gucken wo ich überhaupt bin Hier ist immer eine Da wo wir sind Ist eine Militare Base Ja, ich weiß Direkt bei euch Oder südlich von euch Direkt bei uns ist auch einer Oh, das ist ja gleich lustig Ich ist gleich wieder ein Zombie am Arsch Ja, so geht Let's cross the street Ich habe letztens aber auch einen mit dem Feuer schon kaputt gehauen Der Schritt Noch ein Zombie Wo ich gerade spawne Alter, wenn ich jetzt hier spawne Steht gleich einer vor mir Dann rasch die echt aus Hier ist etwas to eat if you need Wo bin ich denn jetzt hier? Das ist ein Brunnen Hier ist auf jeden Fall schon mal ein Brunnen Wo ich bin Ja, schön Und ich habe kein Wasser Weit und breit Ich habe bloß eine scheiß Kirche hier stehen Und ein paar kleine Häuser drumherum Scheiße Ich habe keine Ahnung Ich habe gerade auch keine Ahnung an was ich mich orientieren soll Scheiße Ich bin gerade nur voll, please wait Vor allem hatte ich gerade eh noch Schritte Und so Nee, wer uns da getötet hat Nee, wer uns da getötet hat Oh hier, was steht hier Wir sehen gut Wir dürfen nicht zu zweit an die Leiche stehen einfach Alright, now we know Hier ist ein großes Eingangsschild mit QAX-03 oder so QAX-03 QAX-03 Es kann aber auch Eox helfen E... Eox... A... O... Oh, keine Ahnung Das kann doch keiner aussprechen Die Scheiße Doch mein Maid, der ist aus Litauen Ja, aber ich kann es doch nicht auf Russisch sagen Ja, überhaupt seine Sonnenbrille In dem... Ah, da ist es Ja, der ist ganz toll Welch Purv nào Die Silver-Mers angeln Oh, kommt rein, sehr gut ich habe keine ahnung wo ich gerade bin das kotzt mich an da sammelst du und sammelst du und dann lässt du dich so wecken jugend die ganze zeit wirklich nur ganz wo offen stehen wir müssen halt uns wirklich angewöhnt demnächst wenn wir irgendwo ein umlegen kleiner mal gucken ob da noch ein kumpel hinten dran hängt also auf jeden fall ich bin ich hätte nichts machen können ich habe keine waffe erworben ich habe mich ja um geguckt eigentlich müssen halt gucken dass er wenigstens die scheiße überlebt dass man dass der das equipment nehmen kann so wissen wichtigste ja wo das wichtigste zumindest ich weiß immer noch nicht wo ich bin ich bin mit denn ich bin hier mitten im landesinneren abo ach du scheiße das kann ja keiner lesen irgendwas mit mit hobbien und dann co pop oder co rob oder irgend sowas also c o p o p oder co b op am ende sind auf jeden fall zwei namen fängt mit h an hobbien oder irgend sowas hobbien hab lobo lobo nee mit hame hobb und dann quasi ein kleines b ein großes i und dann rumgedrehtes n und dann co und dann b mit so einem komischen strich oben drüber und nochmal op also für mich ist das hier hobbien zu robb oder irgend sowas gut ich denke die information wird ich weiß nicht wo du meinst ich weiß nicht wo du meinst achsel ja was anderes was ich jetzt bin ich weiß ja genau wo ich bin ich habe zwar jetzt den stadtnamen gesagt aber das wissen aber das ist ja ich weiß nicht wo ich brauche jetzt blutig erst mal wie sauer hat gerade zombie angriff wie mache ich das jetzt hier rechts glückschert was tier into rex oder was genau ja ok ich will mal verbinden ok aber wenn du den mit dem baseball schläger von hinten war übern nacken ziehst alter hat das da fallen die schon um ab wo ich hab grad 22 zombies umgelegt mit dem baseball schläger zusammen naja ich hab auch schon fünf zusammen umgelegt meine fresse was sind das hier let's go drink jetzt brauch ich bloß noch ne mosin alter 8 schuss hab ich schon mal naja toll alle türen zu oder was jetzt hab ich das noch was zu saufen oh cool jetzt will so da büxeln und zombie hinter mir und ich hab nix zu hauen alright ok alright ok so ja gut ich hab vier wege leute äh wie wie steht denn bei euch die sonne welche richtung habt ihr einen kompass ja warte südosten wenn ich jetzt richtung sonne löwe wo komm ich da hin weiß es nicht genau sehr gut richtung elektro je nachdem das sind alle so Sachen den ich super arbeiten kann ich hab auf jeden fall viel wald vor mir die sonne steht direkt im osten ja wenn ich im landesinneren bin afo ich geh davon aus dass ich im landesinneren bin ja dann steht sie auch leicht im süden heißt so einfach im osten äh schau dass du einfach links von dir steht dass du sozusagen nach süden läufst ich glaube jetzt Richtung sonne der sonne entgegen ich glaube der sonne entgegen ich werde gleich mal ein bisschen musik machen ich bin jetzt da wo wir grad vorhin waren axel du glücklicher an dem brunnen an dem brunnen ja und liegen noch unser leichen da oder was ich bin an dem brunnen erst wohl gemerkt ja dann mach er langsam dort ich lauf jetzt außen durch zum schnellsten weg zum airfield es kann doch nicht sein dass ich jetzt durch den ganzen wald latschen soll oh vier zombies am harsch das gibt's doch gar nicht mehr ich hab ne mosin und ich hab die munition ja in dem einen haus lag jetzt grad ne mosin ich lauf jetzt die hauptstraße lang hier immer Richtung Sonne also die sonne ist leicht links was anderes bleibt mir jetzt hier eh nicht übrig auf jeden fall lauf ich bergauf jetzt aku ui k k k k k k k k k Untertitelung des ZDF, 2020